So meine Lieben, die anderen zwei Varianten, wie versprochen, im zweiten Video von unseren Partybrötchen. Da habe ich schon den Teig rechteckig ausgerollt. Da habe ich zwei Esslöffel Ketchup, einen Teelöffel italienische Gewürzmischung und einen halben Teelöffel Vagetta. Und das verrühren wir einfach. Man kann verschiedene Sachen nehmen. Ich nehme jetzt das, weil bei mir haben das alle gern. Und dann bestreichen wir einfach den Teig damit. So fertig bestrichen, rollen wir den nicht bei der Breite nach oben, sondern der Länge nach. Einfach auch wieder ohne Luft. Dann werden hier Stücke weggeschnitten, gleich lang. Also einfach in dieser Länge, wo wir sie auch überklappen können. Und schauen, dass wir ungefähr die gleiche Länge haben. So, dann klappen wir die zusammen. Und hier machen wir einen Schnitt ein. und drehen es dann so. Das sieht aus wie ein Herzerl. Ich zeige noch eins. Das stellen wir dann auch aufs Backpapier. mit dem Blech. So, einfach zusammenklappen. Dann dein Schnitt bis nach unten. Und drüberklappen. Das ist dann auch ein Herzerl. Vierter Variante, habe ich den Teig jetzt nicht zu einem Rechteck ausgerollt. Ich habe jetzt einfach eine Rolle geformt. Und dann machen wir vier Striche rein mit dem Messer, so dass wir ungefähr fünf gleiche Teile haben. Und die werden dann auch abgezwickt. Da formen wir dann einfach so Kügelchen aus jedem der Teige da. so aus einer Kugel macht ihr dann einfach so ein Oval. Rollt es aus. Dann wird es zugeklappt. und dann nicht hier, wo wir zugeklappt haben, sondern hier auf der Seite machen wir dann so Schnitte rein, so in etwa ein Zentimeter Breite und und ein Zentimeter lässt auch hier frei, wo das zusammengeklappt ist. Dann drücken wir das ein wenig zusammen. Den Rand, also da, wo die Öffnung war, die Seite. und jetzt fangen wir mit dem ersten an. Das ziehen wir auseinander. Legen es da hin. Dann die zweite Schlaufe. und dann so gegenüber. Dann wieder die nächste nach links. Also erste nach links, zweite nach rechts, dritte wieder nach links, vierte wieder nach rechts, dann wieder eine nach links, eine nach rechts, dann wieder eine nach links, und die letzte dann nach rechts. und dann machen wir hier einfach leicht einen Druck mit der Messerkante und das macht ihr dann mit dem nächsten auch. Ihr könnt es auch gleich auf dem Backpapier machen, dass ihr es nicht drüber transportieren müsst, oder auf der Arbeitsfläche. Es geht sehr leicht auch der Transport. So, das Ganze sieht dann so aus. Jetzt habe ich so drei Esslöffel Flüssigrama genommen. Ihr könnt auch Butter schmelzen, so zwei, drei Esslöffel, dass ihr zwei, drei Esslöffel geschmolzene Butter habt. Dann habe ich einen gestrichenen Teelöffel Vegetta und einen gestrichenen Teelöffel Currypuder. Wer kein Curry mag, kann auch italienische Kräuter nehmen, auch bei der Butter, oder einfach Knoblauch, dass ihr Knoblauchbutter habt, oder sonst so Kräuter, dann habt ihr den Kräuterbuttergeschmack. Also, wie gesagt, ich habe jetzt der Flüssigrama genommen und ihr könnt auch die Butter schmelzen und dann ein bisschen abkühlen lassen, dann habt ihr den gleichen Effekt, dass es so cremig ist und damit bestreichen wir jetzt die Schlaufen alle. und jetzt bestreicht ihr die restlichen auch und den Ofen habt ihr sicher eingeschaltet auf 180 Grad in die mittlere Schiene, obere und untere Hitze und circa 25 bis 30 Minuten sind unsere Brötchen. So, unsere Partybrötchen sind fertig. Da sehen sie so aus. Die sind noch heiß, sonst würde ich eins auseinanderreißen, damit ihr seht, wie sie aussehen. Sind wirklich sehr lecker. Die sind außen ein bisschen knuspriger und innen sehr weich. Und ja, warm schmecken sie, sie schmecken aber auch kalb. Man muss sie nur luftdicht in eine Dose, in so eine Plastikdose hineintun, zudecken, dann sind sie morgen auch sehr gut zu essen und schmecken auch sehr lecker. Man kann sie auch als Jause mitnehmen, genauso die anderen zwei Varianten, die ihr im ersten Video gesehen habt. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie meine Idee und viel Spaß beim Nachmachen und Mitmachen und bis zum nächsten Mal.